Die Europawahl in Bulgarien 2014 findet am 25. Mai 2014 als Teil der Europawahl 2014 statt. In Bulgarien werden 17 der 751 Mandate im Europäischen Parlament vergeben. Parteien Zur Wahl treten 20 Parteien bzw. Parteienkoalitionen sowie 5 Einzelkandidaten an. Folgende Parteien sind derzeit im Nationalen oder im Europaparlament vertreten oder werden in den Wahlumfragen genannt. Folgende weitere Parteien treten an Bulgarische Linke, Basta, Bulgaren für Alternativen zu Angst, Totalitarismus und Apathie, Partei der Grünen, Bulgarische Nationale Patriotische Partei, Grüne, Nationalistische Partei Bulgariens, Vox Populi, Christlich-Demokratische Partei Bulgariens, Union der Kommunisten in Bulgarien, Bulgarische Kommunistische Partei, unabhängige Kandidaten sind Nikolai Jovov, Jana Kigashev, Viktor Papasov, Evgenia Baneva, Romjana Valsheva-Vincenti. Die zugelassenen Parteien und Kandidaten werden am 22. April 2014 bekannt gegeben. Siehe auch, Wahlen in Bulgarien. Siehe auch, Wahlen in Bulgarien.